Da möchte ich euch den Ferdi Siebert, den Ferdinand vom Hanfmuseum vorstellen. Der Ferdi, langjähriger Aktivist und einer der Menschen, die diese Veranstaltung hier ermöglichen. Willkommen, Ferdinand. Ja, danke Micha. Hi, ich bin Ferdinand. Ich war 2013 das erste Mal auf einer Hanfparade. Damals noch als Demonstrant. Seit 2014 dann schon im Orga-Komitee. Und 2019 war ich dann das letzte Mal hier auf dieser Bühne als Redner. Damals noch in meiner Funktion als Versammlungsleiter. Und seit 2019 war ich dann im Orga-Kreis des Hanfmuseums. Und im Hanfmuseum haben wir uns vorgenommen, Hanf als Nutzpflanze zu fördern. Wir zeigen so ein bisschen auf, was man mit Hanf eigentlich alles machen kann. Und ich habe da mittlerweile Ausstellungen organisiert. Ich habe Kunstausstellungen zum Beispiel gemacht. Wir machen da natürlich auch bildende Ausstellungen. Wir machen Führungen mit Jung und Alt. Und letztes Jahr habe ich sogar mal einen Werbefilm-Video-Dingster-Boomster gedreht. Im Rahmen von so einem Austauschprogramm der EU. Also es ist eine total spannende Arbeit, die mir schon viele Jahre Spaß macht. Und angefangen zu engagieren habe ich mich halt, weil Cannabis, dieses Verbot, ich fand es total unfair. Und wir lassen hier total viel Potenzial von einer Pflanze auf dem Boden liegen, die eigentlich quasi unsere Welt retten könnte. Wenn wir uns das mal angucken, was macht die Pflanze eigentlich so ganz grundsätzlich? Sie macht Photosynthese. Das heißt, leider können wir euch dieses Jahr noch keine Hanfpflanzen zeigen, aber stellt euch vor, hier wäre eine Hanfpflanze. Alles, was wir an grün sehen würden, war mal Kohlendioxid. Das war mal Kohlendioxid, was in der Atmosphäre drin war. Wir müssen also nur Hanf anbauen, wenn wir den Klimawandel umkehren wollen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nicht irgendwelche riesengroßen Fabriken bauen, die mit technischen Geräten das Kohlendioxid aus der Atmosphäre rausziehen. Wir müssen einfach nur Hanf anbauen. Und, naja, das ist ein guter Einwand, aber Hanf ist nun mal eine der Pflanzen, die am meisten wächst in Deutschland. Das ist ja das, was ihr euch unbedingt im Hanfmuseum angucken solltet. Ihr solltet euch die Hanfpflanzen angucken, die in Deutschland innerhalb von einem Jahr gewachsen sind. Die sind nämlich vier Meter lang. Und genau eben, weil diese Pflanze in Deutschland vier Meter lang wird, hat man sie ja schon Jahrhunderte benutzt. Wir wissen also ganz genau, wie diese Pflanze funktioniert. Wir können super mit ihr umgehen. Und das ist halt eben die große Chance. Und wir müssen halt eben nicht nur zugucken, wie diese Welt vor die Hunde geht. Wir können bewusst durch unsere Konsumentscheidung für Hanfprodukte etwas dagegen tun. Und wir können sogar noch außerhalb dieser wunderschönen kapitalistischen Konsumwelt durch unseren eigenen Aktivismus, unseren politischen, unseren gesellschaftlichen Aktivismus etwas dafür tun, dass unserer herzallerliebsten Mutter Erde vielleicht doch noch, vielleicht, vielleicht doch noch der Arsch gerettet wird. Das ist nämlich nicht nur so, dass hier mein Hemd früher mal Kohlendioxid war. Das ist nicht nur so, dass früher mal meine Schuhe Kohlendioxid waren. Das ist nicht nur so, dass meine Socken, die auch aus Hanf sind, so wie mein Hemd und meine Schuhe früher mal Kohlendioxid waren. Es gibt mittlerweile Häuser, die waren mal Kohlendioxid. Die waren mal ein Stoff, der den Klimawandel produziert, der unsere Zukunft möglicherweise verhindern wird. Das ist eben auch eine der total spannenden Sachen, die ihr im Hanfmuseum lernen könnt. Man kann aus Hanf Häuser bauen. Und da schlägt man nicht zwei Fliegen mit einer Klappe, man schlägt mindestens drei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben einerseits Kohlendioxid aus der Atmosphäre rausgezogen. Wir haben andererseits einen Baustoff, der viel gesünder ist als Dämmwolle oder andere chemisch hergestellte Materialien. Und darüber hinaus, das Allergeizte ist, es ist nicht nur gut für die Atmosphäre, das gesamte Klima an sich, es ist auch gut fürs Raumklima. Hanf als Dämmstoff lässt Wasser durch. Und das führt dazu, dass es im Sommer kühler ist und dass es im Winter nicht ganz so feucht ist. Das ist super für den Menschen, der da drin wohnt. Und es ist super für alle anderen Menschen auch. Deswegen, eine Sache möchte ich euch unbedingt mitgeben. Wir müssen nicht dabei zugucken, wie die Pflanze Hanf als gefährlich dargestellt wird und verschrien wird. Wir müssen nicht dabei zugucken, wie unsere Welt vor die Hunde geht. Und wir müssen nicht dabei zugucken, wie eine Substanz, die jedes Jahr über 100.000 Tode in Deutschland fordert, legal ist, während Cannabis, bei der keine einzige Überdosis bekannt ist, immer noch legal ist. Wir müssen nicht dabei zugucken. Wir können durch unsere Entscheidungen diese Welt ändern, und genau deswegen sollten wir uns aktiv zeigen. Ihr könnt ins Hanfmuseum kommen, ihr könnt die Hanfparade mitorganisieren, ihr könnt auch einfach euren Freunden erzählen, wie wahnsinnig toll Klamotten aus Hanf sind. Die sind zum Beispiel viel atmungsaktiver, ich schwitze viel weniger. Ihr könnt euren Freunden und Familie erzählen, wie toll Häuser aus Hanf sind. Ihr könnt etwas ändern. Jemand, der noch viel länger als ich Sachen ändert, ist mein Kollege Rollo. Der wird heute auch noch das Hanfmuseum vertreten. Ich freue mich sehr, ihn ankündigen zu dürfen. Ich freue mich. Vielen Dank.